Guten Morgen, Frau Lohmark. Ja, danke. Setzen, liebe Gemeinde und willkommen zu Der Hals der Giraffe von Judith Schalanski, einem Bildungsroman der anderen Art. Er stammt aus dem Jahr 2011 und handelt von ihr hier, Inge Lohmark. Aufgewachsen in der DDR, arbeitet seit 30 Jahren als Biolehrerin an einem Gymnasium in Vorpommen, das demnächst geschlossen wird. Sie ist verheiratet mit einem Mann, den sie hier gerade nicht sehen, weil er bei seinen Straußen ist, die er züchtet. Die beiden begegnen sich im Alltag quasi nie. Ansonsten gibt es im lohmärkischen Leben natürlich KollegInnen, vor allem die nervige Kunsttante Schwannecke, dann den geschichtsunterrichtenden Altkommunisten Thiele und den merkwürdig größenwahnsinnigen Direktor Kattner. Von ihren SchülerInnen ist eigentlich niemand erwähnenswert. Ja, das sind sie fast nie. Es gibt die Tussis Jennifer und Saskia, den Extrempubertäter Kevin, den intelligenten, aber faulen Paul, den müssen sie sich ein bisschen dicker vorstellen, die Streberin Annika mit dem Pferdeschwanz, das ständig gediste Opfer Ellen und die traurige Erika. Hm, das Heidekraut. Müde, aber wach. Einen Hauch interessanter als die anderen. Triggerwarnung. Der Roman ist ungefähr so actionreich wie Olaf Scholz. Dafür bietet er aber eine unterhaltsame Panoramatour durch das fiese Geistesleben der Lomag. Los geht's nach den Sommerferien im Klassenzimmer mit dem guten alten Frontalunterricht. Alles andere ist Quatsch. Nur die Harten kommen in den Garten, deswegen muss auch der Unterricht ein hartes Brot sein. Buchseite 7, Ökosysteme. Blätter, Blätter. Die Lektion für heute lautet, die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuberbeutebeziehung. Klar? Jawohl, Frau Lomag. Bei mir gibt's kein Pardon. Wenn die wegknacken, dann schock ich sie mit dem Hundebandwurm oder was anderem Ekligen in die Wachheit zurück. Wenn Umweltbedingungen sich ändern, sterben Arten aus. So ist das. Der Schreiadler, gibt's bei uns nur noch ganz wenige, legen immer zwei Eier. Das stärkere Geschwisterchen tötet jeweils das andere. Ja, wozu legen die denn dann überhaupt zwei Eier? Zur Reserve. Und was machen die Eltern? Die gucken zu. Sie dürfen gehen. Die sind alle weg. Und sie trifft im Flur. Ah, die Schwannecke. Wir verschönern den Flur mit Impressionismus. Monet. Warum die Natur hässlicher machen, als sie ist? Scheiß Seerosen. In vier Jahren ist ihr ja eh Schluss. Und was mache ich dann? Claudia? Hallo. Das ist meine Tochter. Die könnte auch mal langsam aus den USA zurückkommen. Dann kann ich ihr auf die Nerven gehen. Und hier aus dem Charles Darwin Gymnasium wird eine Volkshochschule. Und ihr Direktor so. Und Inge? Welche Kurse bietest du dann an der Volkshochschule an? Pilze sammeln? Dach, Katna. Nee, ich weiß schon. Du gehst bestimmt zum Töchterchen nach Amiland, gell? Netter Versuch. Das wäre furchtbar. Das Geschlechterverhältnis ist doch sowieso schon total gestört hier in der Gegend. Zehn Männer auf sieben Frauen. Tja, seine Frau ist schon in der DDR abgehauen. Leute, ich weiß, es sieht nicht so gut aus. Aber wir machen diese Schule zukunftsfähig. Es gibt jetzt einen wöchentlichen Pep-Talk, eine Motivationsrede, einen Fun-Appell. Jetzt dreht er völlig durch. Naja, ich muss zum Sportunterricht. Beim Umziehen in der Sporthalle hat sie eine Hitzwallung. Boah, furchtbar. Scheiß Wechseljahre. Davon erzählt einem auch niemand was im Aufklärungsunterricht. So, Schüler, Schar. Brust raus, Po rein und drei Riesenrunden zum Aufwärmen. Dann sind die weg und sie denkt so, boah, es ist auch kein Leistungswillen mehr da bei der Mesh-Poke. Früher hatten wir wenigstens noch die Wettkämpfe, Spartakjaden und so. Alles passé. Als sie nach Hause fahren will, stellt sie fest, Scheiße, das Auto springt nicht an. Naja, dann fahr ich Bus. Und weil noch Zeit ist, bis der Bus fährt, macht sie eine Spazierrunde durch die Stadt, guckt sich hier um. Hier geht auch alles den Bach runter. Bald haben die Sprosspflanzen wieder die Oberhand. Großartiges Zeug. Wenn man grün wäre, bräuchte man nicht mehr zu essen. Chlorophyll. Menschen haben den Planeten die längste Zeit befallen, glaube ich. Aua, Bonnie, jetzt quälen die da hinten an der Bushaltestelle wieder die Ellen. Ich guck einfach nicht hin. Und Erika starrt sie an. Was will die denn? Die hätten echt sonderbares Ohr. Warum starrt die denn so? Dann kommt der Bus und sie fahren natürlich alle mit dem Bus und sie hängt mit den Gedanken total bei Erika. Vor allem bei dieser kleinen Mulde in ihrem Nacken. Der einzige Mensch, mit dem sie sonst noch spricht an diesem Tag, ist ihr Nachbar Hans. Na, Auto kaputt? Ja, Batterie. Das kenn ich. So, das reicht ja jetzt auch an Konversation. Oh, eine Mail von Claudia. Just married. Was? Sie hat einen Steven geheiratet. Tja, dann wird sie wohl doch nicht wieder zurückkommen. Mitte November sind die Kraniche immer noch nicht abgezwitschert und Inge Lohmark fährt immer noch Bus, wo Jennifer und Kevin mit ernsthaften Beziehungsgesprächen beschäftigt sind. Liebst du mich? Äh, was? Klar. Dann sag meine Handynummer. Äh, 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 017 Knutsch. Ach, immer dieses Gekuschel. Was ich an Wolfgang, meinem Mann vor allem, mag, ist, dass wir zusammen schweigen können. Ah, da kommt Erika. Und die lernt noch ein bisschen. Na, viele arbeiten jetzt? Äh, ja. Alles nochmal anschauen. Was? Was tue ich da? Wieso versuche ich krampfhaft Konversation zu machen? Und warum muss ich immer an die Paarung von Schnecken denken, wenn ich Erika sehe, die ja Zwitter sind, also keine heterosexuellen Paare, sondern immer die Jungen mit den Alten? In der Schule so, alles weg, Kurzkontrolle. Und die so, nein, doch. Kurzkontrollen sind überhaupt das Beste in der Schule. Diese Art von Überraschungstest ist genauso so überraschend wie das Leben. Und eigentlich wollt ihr doch alle dominiert werden. Und dann machen wir doch weiter mit Genetik. Da darf man ja heute auch nichts mehr sagen. Aber es gibt immer auch menschlichen Ausschuss. So einfach ist das. Warum heißt das eigentlich Tochtergeneration und nicht Sohnesgeneration? Weil Frauen den größten Anteil an der Fortpflanzung leisten. Das Y-Chromosom dient nur dazu, die Entwicklung zum Weiblichen zu unterdrücken. Was? Männer sind verhinderte Frauen. Wie bitte? Okay, dann schocke ich sie jetzt mal mit ein paar Details zur Rinderbesammung. Boah, das ist so eklig. Und übrigens, anatomisch macht Homosexualität keinen Sinn. Hat jemand Haustiere? Erika? Mein Haustier ist in den Sommerferien gestorben. Ach so. Zur Ablenkung disst sie schnell eine andere Schülerin. Und bis zum nächsten Mal finden sie ihre Blutgruppen und die ihrer Eltern heraus. Da gibt es immer einige Überraschungen, wer nicht der Vater ist. Ha, Erika? Danke. Bitte? Es folgt eine Ansprache von Kattner auf dem Schulhof. Er hatte es ja angedroht und er hat sich tatsächlich eine Pistole besorgt, um einen Startschuss abgeben zu können. Bang! Und dann predigt er so, humanistisches Gymnasium, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Was stinkt denn hier so? Selbstständiges Denken, Kreativität. Ach, das ist der Ginko. Bravo! Man lernt nie aus. Gott sei Dank. Jetzt erst mal Königsberger Klopse in der Schulmensa. Und kaum hat sie sich niedergelassen, kommt die Schwannecke dazu und sagt, darf ich mich dazusetzen? Oh Gott. Und dann kommt erst mal eine Schülerin und nervt die Schwannecke. Frau Schwannecke, muss ich das Gedicht wirklich morgen präsentieren? Ich habe erst den Anfang. Das ist doch schon ganz toll. Man muss sie einfach lieben, um sie auszuhalten, nicht wahr? Huch, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich kein Fleisch mehr esse, Mampf, Mampf. Wann kommt denn eigentlich ihre Tochter wieder? Ja, bald. Und ihr Mann? Der hat eine andere, die ist schwanger. Ich kann ja keine Kinder kriegen. Boah, dieser Bekenntnis war ein bloß weg von ihr. Sie geht zur Haltestelle raus. Wie denn? Keine Erika? Dann gehe ich nochmal in die Schule. Und dort trifft sie ihren Chef. Ach, übrigens, Inge, für dich wäre doch Neubrandenburg eine Option in vier Jahren. Na, die Grundschule. Wie bitte? Ja, war ja nur so ein Gedanke. Schlecht siehst du aus. Ja, schönen Dank. Kraftlos bin ich. Kopf schwer. Und wieder vergehen einige Monate. Bald ist Ostern. Mittlerweile fährt sie wieder mit dem Auto. Ach, da habe ich ja einen richtigen Riecher gehabt. Da hinten ist der Bus liegen geblieben. Die kommen alle zu spät in die Schule. Aber Erika wohnt erst da vorn. Da könnte ich doch... Und sie fährt einfach mal zu Erika. Die steht da, schulbereit. Und sie so, steigen sie ein. Und die steigt natürlich ins Auto ein und lässt sich mit ihr mitfahren. Und jetzt laufen Frau Lomarks Gedanken amok. Und jetzt? Verführung Minderjähriger? Das da hinten sind Eiszeitlöcher. Und haben sie schon mal ein Rehkitz in freier Natur gesehen? Nee, wieso? Boah, ich dreh durch. Ich hab diese Bilder im Kopf. Sie an einen Baum fesseln. Sie zwingen, genau hinzusehen. Nie wieder zu sprechen. Es gibt ja auch nichts zu sagen. Dann sind sie in der Schule angekommen und bang ist die Erika weg. Und sie ist natürlich verzweifelt, aber trotzdem geht der Unterricht wie immer weiter. Bloß keine Schwäche zeigen. Schüler sind der natürliche Feind. Giraffen, meine Damen und Herren, leben in der Savanne. Hochspezialisiert. Riesenlanger Hals. Wie kommt das eigentlich? Plötzlich platzt Kattner rein. Kollegin mitkommen. Ja, selbstverständlich. In seinem Büro sitzt völlig verstört und aufgelöst das Opfer Ellen. Und heult. Und er so, sag mal, schon mal was von Aufsichtspflicht gehört? Ist schon gut. Du musst heute nicht mehr in den Unterricht. Und sie geht. Die wird seit Monaten schikaniert und misshandelt. Wie lange geht das schon so? Äh, was denn? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Das Klima in deiner Klasse ist vergiftet. Ich hätte es wissen müssen, dass du nicht die Richtige dafür bist. Stand ja im Bericht. Deine mangelnde Sozialkompetenz, kreidelastiger Unterricht. Aber das wird Konsequenzen haben. Das sag ich dir. Du kannst gehen. Und sie ist erst mal leer. Auch außer Atem, als sie die Treppe hochsteigt. Boah, Kondition habe ich auch keine mehr. Aber dann macht sie erst mal einfach weiter Unterricht. Es ist ganz einfach. Wer den längeren Hals hat, der lebt länger. Genauso ist es für uns. Das Leben ist ein ständiges Recken nach oben. Und jetzt spielen wir Völkerball, also im Sportunterricht. Und die spielen Völkerball. Und sie schaut eigentlich mir leer zu. Sicher ist nur, dass nichts bleibt, wie es ist. Der Mensch ist ein Provisorium. Ich meine, Claudia, die war ja auch manchmal so verheult. Und dann gab es doch diese Szene, wo sie mit Tränen in den Augen reingekommen ist und im Unterricht Mama gebrüllt hat und dann zusammengeklappt ist. Und dann lag sie da. Und natürlich habe ich sie liegen lassen. Was hätte ich denn machen sollen? Ich bin doch Frau Lomag im Unterricht. Da kann ich ja nicht... Ja, schön, Schluss für heute. Geht nach Hause. Und sie schaut sich um. Boah, diese Natur. Unerträglich, aber schön. Und so endet dieser Blick in den Kopf einer Frau, die fast vollständig in ihrer eigenen Welt lebt, die sich so sehr für das Lebendige begeistert, aber die meisten Menschen hasst, die mit ihrer Liebe nichts anzufangen weiß und schließlich mit ihrem Scheitern als Lehrerin und als Mutter konfrontiert wird. Und das, liebe Gemeinde, war der Hals der Giraffe von Judith Schalanski. Vielen Dank.